Brandl & Weber bringt sie in Form. Ob Stahl, NE-Metalle, Edelstahl, Kunststoff oder Radgewebe. Mit hochwertigster Lohnarbeit bedienen wir neben Automobilbau und Luftfahrt auch alle Bereiche des Maschinenbaus. Dank externer Programmierung können wir auf unterschiedlichste Formate für CNC-gestützte Daten zurückgreifen. Zertifiziert nach DIN 9001 garantiert Zerspanungstechnik Brandl & Weber beste Qualität und Termintreue bei Drehen, Fräsen und Erodieren für ihre Einzel- bis Großserienfertigung. Zertifiziert nach DIN 9001 garantiert Zerspanungstechnik Brandl & Weber